Ja, einigermaßen. Von Florida nach Kanada, weil man uns gesagt hat, da gibt es weniger Zombies. Das ist also unser Plan. Und das Ganze ist eine Art, wie gesagt, eine Art Oregon Trail. Hallo, Juju, Zwiebelchen. Eine Art Oregon Trail und alles zufällig generiert einigermaßen. Bis auf die Charaktere, beziehungsweise die sind auch zufällig generiert, aber wir können unsere eigene hinzufügen. Deswegen habe ich gedacht, wäre das doch vielleicht mal eine lustige Sache, die wir tun sollten. Und da kann man jetzt schon sehen, Custom Characters. Ich habe da schon ein paar angelegt. Man kann es sehen, da ist der George. Da ist der Jebediah. Es gibt leider kein Grün. Paco und vielleicht Alex. Und dann ist da Holzkopf und Ati habe ich schon. Niki und das Jan. Und ich finde, wir brauchen noch ein paar. Wir haben ja heute dabei Wu-Tan und Mr. Kadahar und Juju-Zwiebelchen. Und wen haben wir noch? Ja, das sind doch schon mal ein paar. Ich finde, die fügen wir einfach noch hinzu. Zombie Night Terror. Nicht wirklich. Könnte durchaus ähnlich sein. Wir könnten ja mal gucken. Also, wir brauchen ein Juju-Zwiebelchen. Ich drücke jetzt so lange, bis Juju-Zwiebelchen Stopp sagt. Und dann nehme ich die nächste Dame. Oder der erste, der... Oder andersrum. Wir machen es noch viel besser. Alle, die noch keinen Namen haben, sagen Stopp. Und der nächste ist es dann von denen. Wenn ihr eine Geschlechtspräferenz habt, die sich nicht aus dem Chat ablesen lässt, dann müsst ihr das sagen. Also einfach Stopp schreiben, wenn ihr eine Figur mit dabei haben wollt. Klick, klick, klick. Ihr seht schon, die haben verschiedene Eigenschaften. Die haben Perks und Traits. Und Perks sind in der Regel Sachen, die sie cool können. Und Traits sind im Prinzip Angewohnheiten, Eigenschaften. Die können gut sein, aber auch schlecht. Juju-Zwiebelchen hat Stopp gesagt. Und schon sind wir stehen, ihr Lieben, bei Chair. Chair ist ein Gun-Collector. Wir können ja mal reinschauen, was das ist. Gun-Collector... Da. Gun-Collector können... ...total gut schießen. Und starten mit einer Pistole, die auch Kugeln hat. Und man kann sie auch noch aufleveln. Das ist gut. Das machen wir. Und Warrior ist dann... Wo haben wir es denn da unten? Warrior ist als Eigenschaft... Gut, wenn man Zombies hauen will, hat mehr Stärke und mehr Fitness. Ist aber langweilig. Kann ich mir bei Juju gar nicht vorstellen. Aber natürlich ist das der Würfel gefallen. Juju-Zwiebelchen. So, und die speichern wir. Leerer Slot. So, dann war jetzt Wutan dran. Ich drücke einfach... Das ist Mary. Wir brauchen ein Männchen. Wow. Delos. Big Bruiser Nurturing. Wutan... Wutan... Hoppala. Wutan... Wutan... 85 ist... Wird... Ist ein Big Bruiser. Ein Big Bruiser kann... Wicht sich langsam, schlägt aber hart zu. Und kann ganz schön was einstecken. Startet mit einer besseren, unbemannten Attacke. Und verträgt einen Schlag mehr als normal. Ist dafür langsamer, aber kriegt auch mehr Stärke. Ist doch toll. Alles grün. Alles grün. Du bist ein grüner Mensch. Und Nurturing ist... Das hatte ich schon mal angesehen. Das war... Denkt immer zuerst an andere. Somehow not Zombie Food yet. Plus zwei Punkte für Medical und Great Attitude. Und maybe an Act. Haha. Naja. Finden wir mal aus. Speichern wir auch Wutan 85. Legen wir ab. So. Und wir hatten auch nicht wer will noch mal. Wie sieht's denn aus mit... Schauen wir mal. Dr. Rodney MC. Mr. Kaderhaar. Esrom. Ren Phoenix. Ihr könnt alle noch mal Stop sagen. Ich drück jetzt einfach noch mal... Wo ist es denn mein Fenster? So viele Fenster. Random. Der Nächste, der Stop sagt... Dem seiner ist es. Was bedeutet, dass ich 30 Sekunden hier drauf drücke, bevor irgendetwas passiert? Weil wir ungefähr 30 Sekunden Lag haben im Chat. Ah, Mr. Kaderhaar sagt Stopp. Bob. Bob ist ein Megabuff und er ist Irritating. Was heißt denn das? Bob ist jetzt... Mr. Kaderhaar. Und er ist ein Megabuff. Was sind denn Megabuffs? Mega-Buffs sind... Oh, die haben dicke Muskeln. Starten mit einem Metallrohr und haben zwei Punkte Stärke, aber... Nichts aber. Das ist schon mal super. Irritating. Ey, Cobra. Und Esrom will einen, der Chuck Norris heißt. Aber der soll nicht Esrom. Heißt vielleicht Esrom Norris vielleicht. Was haben wir jetzt gesagt? Was war der? Irritating. Naja, Irritating kann was. Also diese Person denkt, sie ist so cool, aber... Sie ist es nicht. Es erzählt Leuten, dass sie mal locker bleiben sollen. Und er hat so gut wie jeden. Ha, okay. Wunderbar. Ja, den nehmen wir dann. Mr. Kaderhaar, den speichern wir nach hier. Und dann hat Esrom gesagt, er möchte einen Chuck Norris-ähnlichen Charakter. Ich gucke mal jetzt so lange, bis wir einen Chuck Norris-Style... Charakter irgendwie haben. Der ein weites... Oh, da war ja einer der... Der sieht total stark Norris-mäßig aus. Aber er soll ja einen Hut haben. So einen Cowboy-Hut. Der ist schon sehr... Der ist schon sehr... Wir nehmen den. Und dann tun wir den Cowboy-Hut drauf. Den gibt es in verschiedenen Farben, soweit ich mich erinnere. Den nehmen wir. Der heißt... S... Chuck... S... Rom... Norris... Ah... Chuck S. Rom... Norris... Und der kann... Und was soll der? Der hat einen schwarzen Hut und Healthcare passt nicht ganz zu ihm. Ich würde sagen, Chuck Norris ist ein Waffen-Sammler. Und er ist ein... Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Äh... Der ist Carmander Fire. Der ist Carmander Fire. So. Und der ist nicht ein Gun-Collector, sondern ein... Karnath. Nein, er ist doch ein Gun-Collector. Gut. So. Save. Chuck S. Rom Norris. Wunderbar. Wer hat noch nicht? Paco ist schon dabei. Ähm... Mommommommommommommommomm. Wen haben wir noch? Martin. Haben wir. Toyo Andy. Oder Toyo Andy. Ihr könntet noch mitmachen, wenn ihr wollt. Dann... Sagt gerne mal... Jetzt... Äh... Upsala. Mal erstmal wieder einblenden. Stimmt. Martial Artist. Das müssen wir nochmal machen. Load. Chuck Norris. Und... Trade. War das ein Trade? Nein, war kein Trade. Sondern ein Perk. Martial Artist. Ja, natürlich. So. Und Carmander Fire ist aber, glaube ich, schon richtig. Dann safen wir. Delete. Später. So. So. Also. Wer noch nicht hat und nochmal möchte, der kann nochmal Stopp sagen. Und dann ist der nächste Charakter seiner. Klick, 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 klick. So. Wenn jetzt gleich noch was kommt, dann fangen wir einfach nochmal an. Bauerzwiebel, natürlich. Machen wir Bauerzwiebel auch. Äh... Wenn jetzt kein anderer mehr sagt, dann nehme ich einfach gleich den nächsten für Bauerzwiebel. Ähm... Da. Das ist Bauerzwiebel. Ultrafit und Charming. Meiner Meinung nach kann das nur hinkommen. Ähm... Warum geht denn jetzt die Tipperei nicht? Doch, jetzt geht's. Bauerzwiebel. Ultrafit und Charming. Ultrafit bedeutet... Kann man sich wahrscheinlich denken. All that yoga really paid off. Granola Bars. Fitness. Ja, ja. Das ist toll. Und Charming ist sicherlich auch toll. Speichern wir ab. Bauerzwiebel. So. Das heißt, wir haben eine Truppe. Wir haben acht... 19, 11, 12, 13 Charaktere. Aus der Community. Und aus dem weiteren Umkreis. Deswegen machen wir ein New Game. Und wir nehmen den leeren Slot. Und der Leader ist George. Er ist ein Explorer. Und er ist zivilisiert. Zivilisiert heißt im Grunde, er ist... Er hat... Er kennt alte Sachen. Und ist aber schnell demoralisiert, weil alles so scheiße ist. Und der Buddy ist Jebediah. Er ist ein Gunjanier. Und er ist ein Resilient-Type. Und Game-Mode machen wir. Familia-Characters-Mode. Gotcha. Ja, so. Dann lassen wir es mal. Krachen. Also das Ganze läuft quasi in einer Art zufallsgeneriertem Begegnungsmarathon ab. So ähnlich wie bei zum Beispiel FTL. Oder aber natürlich Oregon Trail. Wer es nicht kennt, ist toll. Also, hit the road. Wir fahren also diese Straße entlang. Und wir haben bestimmte Ressourcen. Und diese Ressourcen wie Nahrung und Sprit und Medizin und Co. Müssen wir also, ja, müssen wir uns einteilen. Und wir sind auf dem Weg nach Kanada, denn die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Wir starten in Florida und fahren die Küste hoch nach Kanada auf dem Weg in die Welt, in der es keine Zombies gibt. Nämlich die, die ist in Kanada. So, was machen wir dann als erstes? Wir finden eine runtergekommene Fabrik. Und manchmal findet man da Sachen. Und wir sehen, oh, eine Swarm-Size. Also da gibt es Zombies. Aber es gibt nur weniger Zombies. Und die sind einigermaßen ruhig. Und es ist am Morgen. Das ist sicherlich auch gut. Die Zombies werden ja abends immer radikal. Dann gehen wir doch mal uns umschauen. So, jetzt gibt es hier ein Waffen-Inventar. Da habe ich aktuell nur einen Cane, was sich für meine Charakter-Geschichte wohl anbietet. Ich bin der Leader. Man kann auch sagen, follow. Und man kann sagen, bleib mal zu Hause. Und hier bei Status kann man es einigermaßen sehen. Ich könnte zum Beispiel mal auf die Trade... Nein, kann man nicht. Also hier kann man sehen, bestimmte Sachen sind bekannt an Werten. Und andere Sachen sind nicht bekannt. Und Moral, Strength, Fitness, Shooting. Aber so die anderen Sachen hier, die sind bekannt. Bei Jebediah ist das ein bisschen anders. Da wissen wir, der ist offensichtlich nicht so clever. Was ich gemein finde, weil wir wissen ja, der ist eigentlich ganz schön clever, der Jebediah. Und wir haben Moral. Moral ist bei ihm auch einigermaßen okay. So, er ist der Follow. Das ist auch alles Dufte. Und dann können wir jetzt mal loslegen. So, das Ganze steuert man mit den Cursor-Tasten. Und mit Y, X und C, so wie ich es konfiguriert habe, macht man ein bestimmtes Ding. Ist soweit wir... Ups, draufhauen. Und die ganze... Oioioi, geht schon gut los. Und die Charaktere haben alle unterschiedliche... Uh, gleich schon die Waffe verloren. Das ist natürlich unschön. Ah! Ich habe schon keine Waffe mehr. Ich kann also zuhauen. Und je nachdem, was für eine Waffe das ist, schlage ich mehr oder weniger schnell zu. Dö, 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 dö. Lass mich hier durch. So. Und wir... In diesen Orten können wir Zeug einsammeln. Medizin zum Beispiel. Oh, Golfschläger. Oh, Granate. Aber erstmal wollen wir den Golfschläger ausprobieren. es gibt schnelle Waffen ups, ei, ei, ei langsame Waffen und ich glaube ich muss mal langsam ein bisschen auf mich aufpassen, runter auf Jebediah und man muss die Zombies nicht wirklich töten man muss, opala, man muss nur probieren, an ihnen vorbei zu kommen hier ist noch nicht mal was drin röser Zombie oai angefangen gleich mal ein Fiasko, so sieht's aus da fliehen wir, hier ist nichts drin gewesen, ja, ja, verschwinden wir nur ein bisschen mehr Dickville, das haben wir aber auch gleich schon ausgegeben weil George geht's gar nicht gut so, nach einer langen Fahrt finden wir einen sicheren Ort zum Campen die Nacht verläuft ohne Probleme wir essen ein bisschen Food und meine Moral wird ein wenig besser die Frage ist, ob ich vielleicht mich auch mal heilen könnte ok, warum rennen die Zombies das war, das ging zu schnell so, es gibt noch eine Gruppe von Überlebenden die da gerade eine Barrikade an den Start gebracht hat um sich zu beschützen und sie trauen uns nicht wirklich und äh, sind schwer bewaffnet die Person, die sie senden, zu sprechen ist extrem beeindruckend wer soll sie versuchen, mit ihnen zu sprechen hmmm ich würd sagen, George macht das so also ich bin sehr höflich und nach einigen blöden Fragen werden wir durchgelassen fein und ein paar meiner Wunden habe ich mir geheilt so, was gibt's jetzt? eine eine große infizierte Stadt und wir müssen überlegen, ob wir da vorbeischauen also Swarm Size Mild das ist nicht weiter schlimm Aggression Calm Current Time Noon und wir könnten überlegen, ob wir Office Building oder Infested Stronghold machen ich bin nicht wirklich glücklich mit der mit der Auswahl der Waffen die ich momentan habe kann man ja hier sehen äh von daher nehmen wir mal die etwas weniger spannende Option so, wir können hier mit unserem Auto direkt vorfahren und dann hier die Gegend erkunden oh, oh oh was zu essen noch was zu essen was zum heilen und irgendwann kriegen die Zombies natürlich auch spitz, dass man da ist oh ja Messer ist natürlich viel besser weil man, ups viel cooler ganz schnell zuschlagen kann oh Mietkleber komm oh gleich kaputt gegangen der Mietkleber gut umso besser und nach und nach findet man dann natürlich auch andere Leute entlang der Straßen und da sind dann jetzt unsere eigens erstellten Charaktere dabei das Bett man kann an die Gegenstände auch hochheben und damit werfen zum Beispiel hier ist ja nicht wirklich was los hier ist ja nicht wirklich was los naja waren wir da schon drin ja das war das Spachtelfiasco so hier ums Auto ist man generell vergnügt oh ich hab das nicht gelesen was stand auf dem Schild oh da muss der immer einen mitgeben Messer bei Zombies sehe ich allgemein sehr skeptisch an das kann ich verstehen aber es scheint so zu sein dass ein Biss noch nicht so schlimm ist man kann oftmals in Klos Zeug finden von daher so richtig richtig benutzen ist so eine Sache aber Wasserspende da Medizin Medizin und ganz viele Waffen so ein Golfschläger ist doch einfach mal eine tolle Waffe so oh Gott 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 Warte mal hier hab ich ja auch was gesehen verheben ein nein war nicht gut au sowas das sind nicht die besten Golfschläger mit richtig guten Golfschlägern kann man anständig Schädel zertrümmern das ist bei denen hier nicht der Fall ich sehe hier nicht mehr auch nichts mehr richtig dann würde ich sagen sind wir hier fertig ich glaube wir sollten mal außenrum ja das ist der Plan hier ist noch ein Haus das nochmal schnell versuchen oh nochmal essen ich glaube hier haben wir uns in der Ecke manövriert ich glaube jebediah ist gestorben jebediah nein jebediah das Pausezeichen bedeutet dass man Pause machen kann ja wir haben viele Zombies zerstört aber ich bin mehr oder weniger allein auf der Straße jetzt verdammt jebediah also in einem ich camp in einem stabilen Gebäude scheint ein alter Repair Shop zu sein und da gibt es ganz viel Zeug und ich könnte mal die ganze Nacht über an irgendwelchen Kram basteln die Waffen haben unterschiedliche Qualität anscheinend ja so also ich bin sehr müde aber meine mechanischen Fähigkeiten steigern sich Waffen können unterschiedlich lange haltbar sein Waffen sind unterschiedlich schnell und Waffen können in der gleichen Folge auch unterschiedlich schnell ermüden was durch diese äh Schweißperlen da äh abgewühlt wird also Banditen die wollen äh alles von meinem Zeug die kriegen gar nichts das soll man handeln äh also ein Kompromiss mit den Banditen ich würde denen äh etwas zu essen da lassen oder Zeug und jetzt kann ich gerade mein Zeug nicht sehen komm kriegt ihr meine Munition ich habe eh keine Schusswaffe ja so außerhalb von Kanada ähm hat die das der Großteil der Gesellschaft aufgehört zu existieren man kann immer noch Leute finden die mit äh Food handeln wir haben 12 Food übrig und wir haben hier ein Trading Camp schauen wir mal rein ok ok ich habe gehört dass ein Monster da ist das der Gorf heißt ach und er singt ein fröhliches Lied was mit dir Ice Cream er hat Shotgun Shells nein will ich nicht huh die dumm die dumm was mit dir verschiedene Shotguns die meisten am Rücken äh oh Shotgun für 10 Food naja das ist mir zu teuer ich habe mir gedacht vielleicht kann ich ihn schlagen also Sparegast habe ich noch äh Sprit für ihn übrig 25 nein das geht nicht was mit dir der medizinisches Gerät oh die Uses Charm mal gucken ob ich sie äh umschmeicheln kann nein hat nicht geklappt das kenne ich ich bin mein charmantestes ich und dann gibt es diese äh wie heißt das dass man sich nicht näher nähern darf ähm ja das macht auch keinen Spaß so wir fahren weiter wir suchen uns ein Auto aus nein wir nehmen das was wir haben mhm so geht mir das häufig also weiter fahren wir hey es ist Chuck S.O. Norris ja komm äh he is kicking a car in frustration the car is emitting clues of smoke ja komm mit so hoffen wir dass dir das besser geht als äh Jebediah Composure ist sehr sehr gut und Shooting ist mhm nicht so sehr gut auf nach Kanada so wir sollten so wenig Aufmerksamkeit auf uns ziehen wie möglich sage ich ach das das Auto bleibt in so einer Kiste stecken in der hier Ditch wie heißt das eine coole Grube äh im im Graben und eine große Horde an Zombies ach verdammt jetzt müssen wir die Zombies fernhalten für unter einer Stunde äh gucken wir mal er hat keine Waffen er ist ja ein Martial Artist er müsste eigentlich klarkommen ja wir das muss das müssen wir so machen der muss die Zombies round auskicken oh 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 ja oh komm schon nein okay Chuck komm mit okay die Siege ist vorbei ja yes auf zur Straße wir haben auch noch ein bisschen Sprit gefunden hu ein das war eine knappe Sache okay die Gruppe fühlt sich äh fühlt sich begeistert nachdem sie äh diese Situation überlebt hat und wir können uns eine Belohnung aussuchen eine Belohnung wäre zum Beispiel Moralsteigerung und einen zufälligen Scale Gain ich finde das gut das kriegen wir das meiste von also die Moral von Chuck S from Norris es steigert sich von mir auch und dafür ist jetzt Chuck S from Norris äh in Mechanik besser und wir haben kaum noch Sprit aber äh langsam bewegen wir uns und wie ihr sehen könnt sind wir nicht mehr in äh Südfloria hinten im Hintergrund können wir gleich nochmal sehen so also wir äh campen in einem Pro Shop von einem Golf Kurs Chuck S from Norris sieht aus dem Fenster und da kommen eine große Summe von Zombies und was würden wir jetzt tun wir haben Prepare for Seed Hotwire ist ein Golf Ball Collector oder wir schießen Golf Bälle auf die Zombies ich würde sagen wir machen das hier also wir springen in einen Golf Ball Collector und äh fahren da mit Zombies rüber und das ist erfolgreich effektiv und äh danach geht der Collector kaputt und die meisten Zombies sind aber auch kaputt sehr schön da essen wir noch eine Kleinigkeit und da fahren wir weiter und mechanisch bin ich durchaus fit so wir verlieren Sprit nochmal jetzt brauchen wir langsam Sprit also da liegt ein Baum über der Straße äh sieht so aus ob mich jemand da so abgehackt hat um ihn um dort eine Straßensperre zu errichten verdammt und da steht man braucht starke Leute um ihn zu bewegen da fahren wir glaube ich mal drum rum und wir verlieren einen ganzen Tag äh damit um da rum rum zu fahren und haben unseren restlichen Sprit verbraucht was bedeutet wir lassen das Auto zurück und laufen so also wir haben eine Gruppe wir sind eine Gruppe von Banditen reingelaufen und jetzt haben wir das Problem dass uns äh dass wir unsere gesamten äh Sprit den wir nicht haben unser gesamtes Essen und nein das machen wir nicht wir kämpfen so wir werden verletzt aber offensichtlich haben wir die Banditen zurückgeschlagen mehr Banditen und die wollen einen Zoll extra gas half your army ammo and medical supplies von mir aus davon haben wir eh nicht so viel gas hatten wir sowieso nicht aber unsere Moral verschlechtert sich natürlich so jetzt haben wir einen Ort zum speichern äh zum na wie heißt das verdammt check out that car ein Auto vielleicht können wir Auto fahren so ich finde brauchst einen Golfschläger mhm gebe ich den in die Hand ich glaube ja und was ist mit dir du hast noch den Golfschläger ja komm vielleicht finden wir noch mehr Zeugs ein Auto hätten wir schon mal vor der Tür es sind einige Zombies da ich bin noch am überlegen ob wir in den coolen Ice Van einsteigen sollen oder nicht america ich bin dafür wir gucken uns hier noch einen Moment weiter um Chuck Norris löst die Situation sagt er erst und rannte in eine Riesengruppe Viecher rein meine Güte aber der Chuck komm schon komm ich kann dir doch so komm Kastat kann man nur einen Helfer haben nein man kann mehrere Helfer haben aber ich habe leider meinen anderen Helfer getötet aus Versehen Chuck Norris regelt das free healthcare in Obamas America wovon spricht er Wutan 85 ah fantastisch ist doch nett wenn man Freunde sieht und er hat versucht eine Tür offen zu ah super er hat probiert eine Tür eine Tür durchziehen zu öffnen auf der drücken stand herzlichen Glückwunsch komm mal rein ins Team jetzt sind wir zu dritt und er hat eine gute Einstellung zum Leben aber bist nicht der beste Mediziner na dann mal auf nach Kanada so wir haben nicht mehr viel Sprit äh ja da ist unser Eiswagen schon wieder hinne so die Gruppe wandert durch das Land und ist langweilig äh aber immerhin gibt es keine Zombies und jetzt laufen wir friedlich durch die Gegend wir haben äh nicht mehr viel Essen das sollten wir vielleicht mal regeln was haben wir hier Wutan 85 denkt er hat ein Auto gesehen aber es war dann nur ein großer Stein Wutan ist äh auch mal super Wutan was denn da los so die Gruppe wandert einen äh eine Schotterstraße entlang als sie eine Reihe von äh kaputten Autos sehen vielleicht wenn man irgendwo Sprit und einige eins könnte eventuell funktionieren ganz viele Zombies und wir sind irritated die sind irritiert die sind nicht die sind schon schlecht drauf und was mich gerade etwas besorgt ist dass die dass wir hier ganz schön äh viele Zombies haben ich gehe gleich schon mal auf die Granate und dann schlängeln wir uns glaube ich hier einfach mal gleich zügig durch kommt Jungs Sprit 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 oh alter 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 verwalter ich habe meine freunde gesprengt aber ich habe ein Auto verdammt das wollte ich nicht ich wusste nicht mal wo die Granate hinfliegt Jungs das tut mir leid ach nein 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 jetzt bin ich völlig demoralisiert also ein Haus mit sehr genervten Zombies mal gucken ob da irgendwas drin ist alleine wird das ein Spaß wie soll ich denn ohne Chuck Norris überleben äh ei 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 nein das wird mein Grab so sammle den Nein. Nein. Ich muss entkommen. Munition. Knochen entgegen ich nicht. Oh. Wir wollen entkommen. Nein. Ah, ich bin schon wieder in dem... Ich verdiene es hier an dieser Stelle zu sterben. Ganz genau so ist es gekommen. Wenn man seine Freunde umbringt, dann darf man auch nicht weiterleben. Unfassbar. Ah. So ist das. Das ist auch mal schlimm. Unfass... Unfass... Ja. Mal eine erste Rutsche mit den Leuten gemacht. Aber das ist nicht schlimm. Das Spiel hat tausende von diesen Events. Tausende. Das klingt wahrscheinlich ein wenig viel. Aber ganz viele. Und wir versuchen es einfach nochmal. So. In der Zwischenzeit... Wartet mal. Warte, warte, warte. Nein. Wir versuchen es einfach nochmal. Also. New Game. Leerer Slot. Leerer Slot. Game Mode. Familie. Characters. Und... Jetzt schmeißen wir Jebediah mal... Wir lassen Jebediah drin. Er muss immer drin sein. Und wir legen noch einmal los. Also. Kanada. Sicherer Ort. Ja. Und die Gruppe findet ein Haus. Das sieht ruhig aus. Und da gucken wir mal rein. Oh. Unfassbar. Gleich. Die erste Wörfel. Und bei einem Schlag kaputt gegangen. Was denn da nur los? Aber ich nehme so lange einen Stuhl. Oh. 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 Schnell flüchten. Es wird drin drógelt. Come Jebediah. Ja. Jebediah musste die Pickelhaube kriegen. Wenn schon Professor Things heute nicht dabei ist. Weil er tatsächlich auf dem Bildschirm so viel Platz einnehmen würde. Ganz blödsinnig. Aber ich hatte es ausprobiert und das sah nicht wirklich gut aus. So, ihr könntet mal hier Platz machen. Wir wollen hier nämlich raus. Sprit im Ofen, ja, das macht man immer so. Das ist wie beim Fondue. So. Nein. So, und? Was man meistens in Klos findet, ist Sprit. Ja, das sollte, das ist, denke ich, ein wesentlicher Hausfrauentipp. Man kocht mit Benzin. Tut man direkt in die offene Flamme. Kann man direkt machen, ohne Probleme. Und ich glaube, jetzt müssen wir hier wieder raus. Nee, da waren wir noch gar nicht. Mussten wir hier runter, mussten wir hier raus? Da mussten wir hier raus. Gut. Nein, ich wollte raus. So, einiges an Zeug gefunden. Sehr gut. Siehst du, Holzkopf? Siehst du? Ein gutes Fondue. Wobei, kann man eigentlich ein gutes Fondue im Sommer machen? Oder ist das dafür nicht einfach die falsche Jahreszeit? So, wir haben hier das, ähm, Driving Range Last Stand Event. Wir schießen Golfbälle auf die Zombies. Ähm, Und dann werden wir von Zombies überrannt. Und unser Fitness ist super scheiße. Äh, und wir, äh, Ich gewinne Moral. Wenigstens etwas. Immer. Fondue geht immer. Ich finde, Fondue wird immer gerne gleichgestellt mit Raclette. Ich persönlich bin eher ein Fondue. Ein schönes Käsefondue ist mir tausendmal lieber als ein Raclette. Und natürlich ein anderes Fondue geht auch immer. Ist auch fantastisch. Also, noch eine Survivor Group und die ist extremely annoying. Das hatten wir schon. Komm, sprich nochmal mit denen. Und am Ende werden wir doch durchgelassen. Das kann ich sehr gut verstehen. Wenn leckere Sachen lecker riechen, dann tut man die sich auch bei 30 Grad an. Ich habe letzten Sonntag Pfannekuchen gemacht. Im Hochsommer. Pfannekuchen. Nur mal drüber nachdenken. So, was haben wir hier? Eine infizierte Stadt. Und wir haben Camp Supplies Shop und den Umbrella Shop. Hm. Ich glaube, jeder normale Mensch würde zum Camp Supplies Shop gehen. Deswegen gehen wir mal zum Schirmverein. Jebediah hat seine Waffe. Können wir nochmal sicherheitshalber einen Golfschläger mitgeben. Und ich finde, ich könnte auch mal noch einen Golfschläger kriegen. Und dann machen wir, legen wir los. Schön platt fahren, das Ding. Let's burry. Hopp, da ist nichts los. Schön die Zombies hauen. Hopp, hier geht's dir mit Munition. Die Uhr hat auch Essen drin. Denn wo lagert man das Essen? Die Munition lagert man im Kühlschrank. Und das Essen lagert man in der Uhr. Komm her, du Viech. So. Es waren, es waren Wootan, es waren Apfelfandkuchen. Richtig schöner Apfelfandekuchen. Mit Apfelmoon. Und dann habe ich auch noch einen Zimtzucker dazu gemacht. Logischerweise, der gehört dazu. Und den Zimtzucker habe ich noch getunt. Und mit ein bisschen Vanille. Also, super bekömmlich. Und am Samstag hat es auch noch hier geregnet. Deswegen sah es eigentlich dann heraus, dass das eine ganz gute Idee wäre. So, das waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Waren wir denn hier schon? Ich glaube ja. Den können wir jetzt hier weg. Ach, falsche Richtung. Hab ich mich hier im Weg vertan, ja. Ja, na klar. Apfelscheiben drin. Haben wir noch gemacht. Hier ist so ein Zaun. Hier oben noch ein Haus. Ja, da ist noch ein Haus. Da waren wir noch nicht drin. Buh, Scheißhaus. Also, nicht im Sinne von Scheißhaus, sondern im Sinne von ein schlechtes Haus. Ja. So. Was? Nicht gut. Wo ist denn jetzt diese Umbrella-Geschichte? Können wir da mal bitte hinkommen? Wir hatten die jetzt wieder hier oben. Sehr gut. Oh. Das ist auch erfriedigend. Ja, doch. Was dann? Oh, ja. Hallo. So. Gehirne fliegen. Spritz. Sehr gut. Nein. George ist fast tot. Au. Seht euch das an. Aber, der entscheidende Punkt ist, ich habe einen Regenschirm gefunden. Wir finden sogar noch einen Regenschirm. Und noch zwei Regenschirme. Was habe ich ehrlich gesagt erwartet? Außer... Oh, Regenschirme. Puh. Da ist ja schon ein fortgeschrittener Zombie. Und... Losfahren! Kannst du so ein Haus auch klären? Da kommen da immer mehr. Da kommen immer mehr. Mit Scheiben drin. Lecker. Oh, viel Zeug. Spritgas und so weiter. Was mich wundert, du bist doch in den USA. Müsste da nicht in jedem Haushalt eine Knarre sein. Ja, aber ist ja vielleicht schon ein paar Monate geplündert. Da sind die ersten schon durch. George Zombie Kochshow. Ja, Samstag war auch herbstlich. Da geht das. Aber am Sonntag habe ich den ja gemacht. Von daher das Problem. Samstag war der schönste Tag in diesem Sommer. Und die Martha Stewart der Apokalypse. Ganz genau. Regenschirme als Schlagwaffe. Sehr toll. Aber ich hatte ja schon genügend Waffen. Melone. Melonen zum Beispiel sind so eine Nahrungsgruppe, die ich mir... Die ich... Wenn ich... Mag ich nicht. Mag ich nicht. Tja, wir haben leider nicht genügend Medizin. Weshalb ich mich nicht heilen kann. Okay, jedes Grab wurde ausgegraben. Hauptsächlich von innen. Und es gibt drei Gräber in einer Reihe, die noch... Äh... Unberührt sind. Grid ausladen. Louis oder Nicolas. Ich finde, wir graben hier niemanden aus. Das halte ich alles für sinnvoll. In der Uhr bewahrt man das auch. Das stimmt. So. Hinweis zu Kanada. Wir haben noch zehn Food übrig. Aber ich will nicht handeln. Wir haben zu wenig Food. Deswegen fahren wir weiter. So lange, bis wir irgendwas zu naschen. Hey! Es ist Chuck S. von Norris. Den nehmen wir natürlich mit. Und... Shooting ist ja nicht so gut. Aber dafür... Hat er einigermaßen was drauf. So. Wir haben ja noch keine Medizin. Siege Alert! Verdammt! Wir haben tatsächlich jetzt das Haus, was wir machen müssen. Und... Verdammt, verdammt. Ich bin auf meinem letzten... Ich pfeife auf meinem letzten Loch. Chuck S. wird natürlich weiterhin... Äh... Wird natürlich weiterhin ohne Waffen kämpfen. Wir gucken mal, ob wir uns ein wenig ins Haus rein... ...äumeln können. Nee! Bringt fast gar nichts. Nur, wo liegt hier Zeug? Verdammt! Noch ein bisschen müssen wir durchhalten. Hm? Aber werden meine Schläge sehr, sehr langsam. Komm, jetzt kommt man mit ein Stück. Der Siege ist over. You can now try to escape. Das sollt ihr vielleicht mal machen. Einfach mal fliehen. Ja, wir fliehen. Das wäre natürlich eine coole Geschichte, wenn Chuck Norris ein Cheat wäre. Ja, wir sind natürlich inspiriert durch diesen Siege. Und wir haben wieder die Auswahl, ob wir Shooting oder Medical oder einfach nur Jebediah erhöhen. Und deswegen sage ich mal, wir machen Moral ist immer gut und zufälligen Stud. Ich bin glücklicher. Ich bin glücklicher. Ich bin glücklicher. Nee, bin ich gar nicht. Shooting verbessert sich. Jebediahs Shooting. Und Chuck Norris ist stärker. So. Kann immer noch nicht heilen. Jetzt haben wir auf einem großen Feld gekämmt. Und ich bin immer noch fast tot. So. Ruhig hier. Dann sollten wir diese Stadt, durch die wir fahren, die so ruhig ist, ruhig mal gründlich machen. Ja. Und was passiert? Wir werden von einem einzelnen Zombie angegriffen. Jebediah wird verletzt zweimal. Aber wir kriegen Pistolen, Munition, wir kriegen Food, wir kriegen Medical und wir kriegen Gas. Was erstmal eine gute Entwicklung ist, denn wir können uns ein wenig heilen. Hey, jetzt Ati. Oh, Ati. Da bist du. Practical. Friend of Dog. Dann komm mal her. Auf nach Kanada. So, jetzt sind wir zu viertem Auto. Jetzt sollten wir allerdings schnell mehr zu essen finden. Okay. So. Die Gruppe fährt durch Aggression Megacheased, fährt durch eine ruhige Fabrik, äh, Fabrik, wie heißt das? Gewerbegebiet? Mh, wir laufen eine Horde. Oh, sorry. Eine Horde. Oh, verdammt. Eine Horde abgelenkt an Zombies. Äh, ne. Die Horde ist abgelenkt damit, irgendjemanden zu verfolgen. Da helfen wir doch mal. Ati hat, hat Ati auch eine Waffe? Ati hat schon eine Waffe, kriegt noch eine zweite. Uh. Wollen wir mal gucken. Oh. Mal gucken, was wir hier so hinkriegen. Oh. Die Zombies sind durchaus aggressiv. Das kann man nicht anders sagen. Ich frage es, ob wir da irgendwie... Au! Irgendwas Sinnvolles hier? Nein, nichts Sinnvolles. Was? Zum Geier. Geht mir eine Waffe nach der nächsten kaputt. Kommen Sie mal bitte mit. Nein, Leute, du machst nur Hunde. Das ist doch fast genauso gut, ht. Schön, schönen Roundhouse kicken. Oh, oh. So, ich finde, wir könnten mal Zeug finden. Hier ist gar nichts. Ja. Kommen Sie mal mit. Hier ist auch nichts. Gut. Was? Da war eine Wasserzange? Da, da war eine Rohrzange. Ganz genau. Ei, ei, ei. Rohrzangen sind enorm langsam. Aber dafür... Machen die auch ordentlich Druck auf. So. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Da ist noch eine Rohrzange, wenn ihr eine braucht. Oh, oh, oh. Kommen Sie mal mit. Ich glaube, wir sollten durch diese Tür hier... Oh. Essen. Essen. Nicht die Stadt, sondern... Na, genau, das Mittel. So. Draußen wollen wir auch noch. D-d-d-d-d-d. Hopp. Essen. Oh, hier ist aber auch viel Zeug. Komm, schön durch. Alle durch, nehmt ordentlich. Hopp. Seht euch das an. Eine gute Truppe. Oh. An den ganzen... blinkenden Toiletten vorbeigelaufen. Sprit. Sprit. Au. D-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d. Oh. Was sehen meine entzündeten Augen? Shotgun. Shotgun. Mal gucken, ob ich die... Ja. Ich habe die beste Waffe aller Zeiten abgelegt. Probieren wir ruhig mal aus. Zack. Das ist die Shotgun. Ah, exzellent. Die sparen wir uns aber auf. Hier waren wir ja schon. Oh. Ich glaube, wir müssen diese Location verlassen. 107 Zombies haben wir getötet. Okay. Diskussion über Obama. Ja, die trinken die guten Sachen. Also, die Gruppe... ...die Gruppe... ...macht seinen Camp... ...in der Nähe von einem Laden. Äh, noch eine Gruppe... ...hat uns gefolgt... ...und wird wahrscheinlich versuchen... ...uns, äh... ...den, den Ort... Ähm... ...before we attempt to loot the place. Send one person in to loot. Chuck, Esram Norris geht rein. So, die anderen stehen draußen wache... ...und Chuck Norris geht rein... ...und bringt Fu zurück. Es gibt unterschiedliche Wertigkeit bei der Waffe. Weiß, Grün und Blau. Ey, das Jan! Das Jan ist mit dabei. Hm. Nehmen wir einen auch noch dazu. Die Gruppe ist voll. Hm. Jetzt fällt mir schwer. Das Jan ist aber heute nicht da... ...dessen kann er erstmal stehen bleiben. Der ist nämlich auf der Gamescom... ...der selber schuld, wenn er erdrückt wird. Das ist der Duisburg-Simulator. Diese vollen Hallen. Bin ich nicht... ...bin ich kein Fan von. So. Wir fahren zu einer Stadt, die... ...abgebrannt ist. Also nicht nur Pleite, sondern im Sinne von... Hm. Und da gibt's ein großes Haus... ...auf einem Hügel. Und das sieht aus wie richtig von Zombies umgeben. Aber der Forecast sagt... ...Moderate, Calm und Late Morning. Machen wir. Schauen wir uns mal an. So, volles... ...Haus. Äh... Ich finde, du kannst das mal ablegen. Denn... ...ich brauch keine zwei Golfschläge. Ich hätt' lieber das. So. Ähm. Dafür müssen wir mal... ...ne gewisse Grundreinigung vornehmen. Ja. Und nach der Grundreinigung... ...Grundreinigung... ...Baseball-Batch. Irgendjemand Interesse. ...Düttüttüttüttütt... ...Düttütt... ...Mhm. ...Ah. Kommen Sie mit. Munition ist so limitiert, deswegen bin ich eigentlich eher ein Fan davon. Wer ist denn hier wer jetzt? Nailboard. Auch sehr schön. Auch sehr schön. Nehmt das alles mal mit. Ich bin ein großer Freund der Ruhrzange. Die Ruhrzange macht alles schöner. Medizin. Und Munition. Kann man eigentlich schon mal überlegen, hier einfach wieder rauszuwanken. Die Zombie-Apikalypse ist nicht so schlimm, wie ich dachte. So, Haus ist fertig. Oder? Jupp. Jupp. Damit warb, die ich geworben habe. Wir machen sie mit Sicherheit schön. Mein Twinkie-Truck. Twinkies. Und er ist kopfüber. Und, hmm, die Tür ist verschlossen. Wir brauchen immer die wunderbaren Twinkies mit ihrem, ähm, Mais-Sirup. Ich finde, wir Chuck Norris smashes it. Finds a big rock and then swings heart of the lock. The lock breaks. Und wir kriegen Food und Chuck Norris' Strength steigert sich. Sehr gut. Unser Car, unser Auto ist leer. Wir müssen laufen. Und jetzt gibt's eine, äh, eine, eine Scheißstraße und wir sind alle verletzt worden und unsere Moral wird schlechter. Das ist schlecht, weil wir jetzt alle schon ganz schön runter sind mit der Bereifung. So. Und wir haben wieder das Event, dass wir das Gefühl haben, da ist ein Auto und dann wirklich halt ist es ein Stein und alle werden noch trauriger. Jetzt kann's nicht mehr lange dauern, bis wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen. So. Äh, Let's the city had rotten with the zombies. The group knows that walking through a city street like this is a bad idea, but the car waits at the end of it. Hmm. Famal it died. Wollen wir mal. Wir Zeit für die Shotgun. Oh, oh. Oh. Nochmal mal. Oh. So, oh, ist da noch was drin? Ich glaube, wir müssen... Ah, wir müssen da durchwüdeln. Oh, und jetzt brauchen wir ein kleines bisschen Platz. Auto starten und wegfahren. Anders als beim letzten Mal habe ich meine Freunde nicht erschossen. Twinkies gibt es leider immer noch nicht wieder, aber Twinkies halten für immer. Ich möchte hier an Wally erinnern, da gibt es ja auch noch Twinkies. Oh, eine große Ladung anderer Überlebender, mit denen es immer riskant, mit Fremden zu campen. Aber wir wollen ja alle nach Kanada. Und wir werden bestohlen. Munition, ganz viel weg. Und wenigstens essen wir was. Shit. Naja. So, jetzt sind wir im Randbereich einer Stadt. Da gibt es Zombies. Und wir haben einen Sporting Good Store und wir haben Apartments mit Help-Banner. Heißt das, wir kriegen Help? Oder heißt das... Ähm... Uns werden... Äh, uns wird... Weiß man nicht. Hm. Ich sage, wir gehen zu dem Apartment. Jetzt, Buggie. Nop, nop. Da kann man nicht durch. Gut. Dann boxen wir uns hier durch. Kommen Sie mit. Kommen Sie mal mit, jungen Mann. Zulettchen? Nein, nichts. Hallo, Andy 8P. Siehst du, einen hatten wir noch vergessen. Wir müssen einen Andy 8P-Spieler machen. Ja. Oh, mehr Munition. Und langsam. Weiß man gar nicht... Weiß man gar nicht mehr, wo man überall hin will. Junk. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d. Äh, um was geht es hier? Wir spielen Death Road to Canada. Die Zombie-Apokalypse hat die Welt eingeholt und wir haben jetzt Oregon Trail Style den Weg nach Kanada zu bestreiten von Florida aus. Wir sind schon ein Stückchen gefahren und haben jetzt gerade mal zwischendrin irgendwo angehalten. Um mal ein bisschen so ein Gebiet zu looten. Und vorhin habe ich meine ganzen Freunde getötet. Das ist richtig. Es ging nicht anders. Das musste sein. Und wir sind jetzt auf der Suche nach... Help me! Da waren wir ein. Dem haben wir geholfen. Munition. Noch mehr Munition. Gehen wir erst mal hier rein. Hier ist nichts mehr. Oh, wer ist das? Burl! Oh, Burl darf mitkommen. Okay. Na los, Burl. Bist du ein Freund von Earl? Ich hoffe... ...nicht von seinen politischen Ansichten, denn sonst können wir dich nicht mitnehmen. Alter, Trump-Wähler. So. Ja, ich habe die Jungs für ein Auto getötet. Ganz ehrlich, es musste sein. Uns fehlten Autos. Nichts. Was war da? War da was? Ein Besen. Nein, Besen brauchen wir nicht. Für ein Auto. Ja, das ist überhaupt nicht... Ich kann das überhaupt nicht verstehen, wenn uns um Twinkie... Ja, das stimmt. Wenn es um Twinkie gegangen wäre, dann wäre das alles ein ganz anderer Punkt gewesen. Aber für ein Auto. Ich glaube, hier haben wir alles abgegrast. Musik ist ganz fetzig. Gut, 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 gut. Den mit der Senders-Frisur auch nochmal einhauen. Da, noch mehr zu essen. Getötet finde ich so wieder nichts. Nichts, Junge. Ist das irgendwas, wo man was kriegt? Nein. Ist einfach mal hübsch. Gut, 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 gut. Krühelschrank. Die Jungs räumen mal auf und ich loote den Raum. Also die Schläger-Truppe ist auch das erste Mal seit langem, dass wir hier nicht sofort gefressen werden. Schön mal doof. Ich glaube, wir sind hier durch. Wir müssen uns auch noch hier durchtackern. Kommt, kommt. Was ist denn mein Auto? Wenn man in der Zombie-Apikalypse vergessen hat, wo man geparkt hat. Bip, bip. Und ab geht's. Das ist eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wir nehmen die 80 Sprit. Mitnehmen können wir ihn eh nicht. Und jetzt ist unser unser Medizinschränkchen alle. So, der Gubbik, die Gubbik findet einen ein Auto. Wie heißt das? Mechaniker? Cars Pros. Car Pros. Ich finde ein Sprit und Metall. Just need time to tinker. Repair and armor the car for two days. Das machen wir. Also, ich repariere das Auto mit dem mit den Einzelteilen und armor ab. Wir brauchen zwar ganz viel äh, ganz viel Food, aber unser Moral steigert sich und unser Auto ist fantastisch. uns fehlt nur leider äh, uns fehlt nur leider der, die medizinische Ausrüstung. So, ist bald Zeit äh, zu campen. Aber ganz schön viele Bandits. Äh, who should stay up on watch? Macht der Chef. So, ich bleib wach, aber danach bin ich furchtbar müde. Und jetzt haben wir nur noch acht, nur noch eine Mahlzeit übrig. Ja, Ate sagt richtig, äh, wenn wir nach Kanada kommen, ist alles in Ordnung. So, wir treffen einen, äh, Mann, der, äh, sein kaputtes Auto reparieren will. Ach komm, da helfen wir ihm. Hm, leider klappt das Ganze nicht. Und, auch wenn wir jetzt mehr, äh, äh, mehr Mechanik-Skill haben, haben wir kein Essen mehr. Das ist ein Problem. Das ist doch schon fast eine A-Team-Karre. Wir haben null Food left. Unexpected the group finds someone they can trade with. Okay, wir haben kein Food mehr. Das ist ein Problem. Wir brauchen Food. Hallo. Äh, ja. Wir brauchen eigentlich Leute, die uns Food geben. oder wir gucken selber in diesen Kühlschrank. Da ist nichts mit dir. Wie was our house in the middle of the street? Nicht damit. so, eine Frau, die, I can help you get better at repairing stuff. Bitteschön. Ich kriege noch mehr Skill in Mechanik. Aber immer noch kein Essen. Wir sind eigentlich an dem Punkt, wo ich bereit wäre, was zu klauen. Aber geht nicht. Hm. Fangen wir los. Wir sind ganz bestimmt nicht jung und hungrig. Nein, nein. Ach du, meine Güte. Während wir eine Stadt durchsuchen, stören wir gerade eine große Menge an Zombies, die auf der Jagd sind. Chain Reaction of Blunders and they are soon surrounded and their only chance is running through a tunnel in the road. Wir rennen durch einen Tunnel. Ich habe keine Ahnung, ob es, ich meine, es sind die Tage bis nach Kanada. Aber ich könnte mich auch irren. So, wir gehen mal gleich auf die Shotgun und legen los. Oh. Oh. Das Team. Komm schon. Was macht ihr da? Komm schon. Jebediah. Komm schon. Out of ammo. Puh. Man muss jetzt die gute alte gute alte Rohrzahre herhalten. Komm schon, Chuck. Komm. Oh. Oh, oh, oh. Au, oh, oh. Au. Nein. Wir müssen fliehen. 59 Zombies. Okay, gut. So, wo ist die Kanada-Zahl? Okay, die Gruppe ist inspiriert. Die Frage ist, was machen wir draus? Moral und random Skill Gain finde ich immer noch am allerfeinsten. Und alle finden das großartig. Wir könnten mal langsam was zu essen vertragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich sehe hier eine gewisse Notwendigkeit für Nahrung. Also, Solo Zombies hobble around, das ist nicht so schlimm. Diesmal bleibt Chuck Norris wach. Ja, er bleibt wach. Aber, naja. Äh, seine Moral wird schlechter. Von allen wird die Moral schlechter. Warum? Hab ich das übersehen? Ach, weil es nichts zu essen gibt, natürlich. Was, bitte? George sneaks off when everyone is busy. He leaves taking only what he can carry. He was carrying. There is a note left behind wishing everyone luck. Unfassbar. Ich hab die Gruppe im Stich gelassen. Unfassbar. Ich hab die Gruppe verlassen. Was ist denn jetzt los? Dann nehmen, dann machen wir eben so weiter, ohne mich. Also, eine Tür mit einer Guillotine drüber. Und das ist nur die sichtbare. Center Scout to explore for loot. Absolut, wenn, dann macht das Chuck Norris. Oh. Chuck Norris ist getötet worden. von den Fallen. Nein. Nein. Nein, jetzt sind es nur noch Jebediah und Ate. Die böse Falle. Und das Auto ist leer. Und jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Okay. So, während wir da längs laufen, ist unfassbar. Während wir längs kommen, kommt ein, äh, ein Fisch im Wasser. Äh. und versucht, einen Fisch zu fangen. Und wir haben einen Fisch gefangen und wir kriegen Food und beide sind besser drauf. Arma, Esrom, Arma George. Unfassbar. Ah, ist für ein Teamleader. Allerdings, allerdings, die Zwiebelchen. Besser für das Überleben der Gruppe. Ja, anscheinend. So, noch einen Tag, äh, am Laufen finden wir einen Campingspot. Alle sind hungrig und essen an Essen. Äh, und da wir nicht so viel haben, essen wir nur die Hälfte. Deswegen wird die Moral schlechter. Äh, AT will heilen, aber kann nicht heilen. Und wir haben kein Food mehr. Das Wetter wird schlecht. Und das finden alle noch viel uncooler. Man sieht es hier. Ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto. Wir können eventuell ein Auto kassieren, aber, äh, das Auto, was hier steht, hat vermutlich. Gucken wir uns gleich mal. mal an. oh, das Auto hat vermutlich den Schlüssel in einer nahegelegenen, oh, wow. Das Wetter ist ja wirklich miese. Da ist das Auto. Komm, geh mal weg. Und hier in dieser, oh, 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 komm schon. Hier irgendwo muss der Schlüssel liegen für das Auto. und hier in dieser Oh, 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 Schon wieder gegessen. Aber wir sind ganz schön weit gekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Einfach aufgespießen. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das ist Death Road to Canada. Ein feines, aber kleines Spielchen. Haben sie uns einfach weggesnackt. Wir sind ganz schön weit gekommen. Und wir wissen schon, hier gab es einen Verräter. Der hat, das hat mit Sicherheit, acht Tage fehlten. Ja, nicht viel. Aber Versuch war gut. Ja, so ist das. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ich finde es ganz lustig. Ich finde durchaus, es macht Spaß. Vor allen Dingen dann, wenn man die Charaktere noch selbst gestaltet. Kostet auch nicht viel. Etwas über den Zehner. Je nachdem, ob man es im Sale kauft oder nicht. Ist gerade erst rausgekommen. Macht also eigentlich Laune. Schaut doch mal drauf, oder nicht? Ach, Bauern Zwiebel, jetzt kommst du. Aber es ist schade, weil nämlich jetzt ist vorbei. Wir haben gerade Erfolg... Entschuldigung, erfolgreich Zombies geschlagen. Und jetzt sind wir eigentlich fast schon wieder durch. Ich frage, was wollen wir noch eine machen? Eine Runde? Ich bin schon furchtbar müde. Komm, eine machen wir noch. Um das Leben versuchen zu willen. Und dafür brauchen wir noch einen weiteren Custom Character. Denn Andi8P ist ja nach dazugekommen. Und für Andi8P machen wir jetzt... Andi sagt mal Stopp. Wir fügen noch einen Andi ein. Oh, jetzt wie wir die späten Gäste sind, manchmal die liebsten. Komm, Andi. Sag Stopp. Oh, man kann gedrückt halten. Du-du-du-du-du-du-du. Andi sagt nicht Stopp. Yay ist fast wie Stopp. Ich nehme das mal als Stopp. Tobi, Gun Collector Paranoid. Jetzt sagt er Stopp. Gut, dann machen wir den nächsten. Nächstes Männchen. Ellie. Ist das ein Männchen? Ja. Explorer, Trade Berserk. Explorer war... Some people just have a really good sense of direction. Plus an extra try for driving to a new location. Äh, nehmen wir. Und Berserk war... Hat alles klein. Can go over the maximum for above stats. Low, super low personality stats. Ja, ja, ja. Ja, ist doch gut jetzt. Ist doch Sturm Stopp. Und das ist dann der Andi 8P. Den speichern wir noch ab. Und... Dann machen wir ein neues Spiel. Auf dem leeren Slot. Game Mode. Family Characters. Gotcha. Und Leader ist in dem Fall wieder George. Nehmen wir gleich Buddy. Weil er jetzt da ist, nehmen wir jetzt den Buddy. Bauer Zwiebel. Da ist er. Und fangen gleich mal an. So. Also. Kanada ist also sicher vor den Zombies. Und dann sagen wir, fahren wir mal los. Also wir haben 8 Essen und 100 Sprit. Und das ist auch schon das erste Haus. Und das ist immer eine gute Gelegenheit, um gleich mal was... ...zu versuchen. Ein bisschen Zeug einzusammeln. Hm. Oh. Oh. Warum? Falsche Taste, dass das geheime ist. So. So. Auf der Suche nach neuem... ...tollem Loot. Ich habe Bauer Zwiebel. Jetzt hat Bauer Zwiebel keine Waffe mehr. Was ist denn das? Ist das eine Nailboard? Nimm mal auf. Komm. Nimm mal. Nimm. Da. So. Food. Munition. Sag mal. Deine Nailboard ist aber auch schnell kaputt gegangen. So. Hier waren wir noch nicht. Doch. Hier waren wir jetzt. Der Exit stimmt. Da waren wir da schon. Ja. Wir sind durch. Verdammt. Komm. Komm. Komm, Bauer Zwiebel. So. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen Futter. Und wir finden ein Inn. Was offen ist. Und er sagt, 10 Food. Zum Schlafen. Nein. Komm. Geh. Wir fahren weiter. Wir finden also keinen Ort zum Schlafen. Essen wir unseren Kram und fahren dann weiter. Wenn man die Zombies ignoriert. Das ist eine gute Nachricht von Bauer Zwiebel. Wenn wir die Zombies ignorieren. Dann ist das fast wie jeder andere Roadtrip. So. Jetzt haben wir hier eine City. Near Sunset. Versuch ist trotzdem wert. Wir haben so wenig Zeug. Komm schon. Komm schon. Wir brauchen eine neue Waffe für Pauer Zwiebel. Komm. Sehr gut. Regal mit Munition. Schränkchen. Badezimmer ist nichts los. Und da finden wir sicherlich Sprit. Genau. Wollte ich gerade sagen. Sporting. Gut zu. Ja. Ach komm. Jetzt haben wir schon eine Waffe gefunden. Hier ist nichts. Auch nichts. Und die Zombies hier sind ein wenig durch den Tüdel. Ich gebe hier noch einen mit. Guten Abend, Flottenadmiral. Oh ja. Haben wir schon. Das Haus ist durch. Da können wir nicht rein. Hier ist noch ein Heuskin. Ach, das bringt uns auch nicht weiter. Vielleicht finden wir aber hier noch was. Ja. Bücherregal. Hier ist nichts, brauchen wir gar nicht erst reinzuschauen. Die Katze hat nicht gut auf den Bildschirm gepasst zu diesem Spiel. Die kommt nächstes Mal zurück. Professor Finks hat wichtige andere Termine. Bup, bup, bup. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Immer schön feste drauf. Ui, 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 ui. Komm, wir müssen das zusammen hier klären. Da hinten war ja nichts mehr. Den habe ich ganz umsonst untot gemacht. Und tot, tot. Da ist noch eine Tür. Nichts mehr drin. Und es ist richtig Nacht hier draußen. Keine gute Zombie-Entwicklung. Quarter Eater Arcade. Das ist doch unser... Da wollen wir hin. Ich frage mich, ob wir... Hopp. ...Resenautomaten spielen können. Diese Arcade-Maschinen scheint zu funktionieren. Äh... Gucken wir mal. Arcade. Ultra Death. Äh... D-d-d-d... Zwei Stunden haben. Unglaublich. Äh... Mate playing it. Increase your skill with guns. Ich bin jetzt besser im Schießen. Äh... Aber auch nicht viel offensichtlich. Das ist Katastrophal schlecht. So, und sehen tun wir auch nicht wirklich viel. Äh... Juju, Zwiebelchen... Leider kann ich nicht... Ja, leider. Also normalerweise fahre ich... Normalerweise werde ich für die Gamescom gebucht. Und bin dann da im Business-Center eingeschlossen. Dann fahre ich auf jeden Fall. Weil dann ist das mein Job. Äh... Aber... Da in dem Haus waren wir schon, ne? Vielleicht können wir noch weiter nach... Und nein, da können wir nicht weiter. Aber... Ähm... Professor Things is of the Gamescom... Oh, 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 oh. Komm, 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 wir verschwinden hier. Komm, komm, wir verschwinden. Das ist mir zu unheimlich. Ähm... Ja, normalerweise, wie gesagt, fahre ich auf die Gamescom, wenn ich dafür bezahlt werde. Freiwillig hinfahren. Ähm... Ich hatte kurz überlegt, weil diesmal auch ein paar KSP-YouTuber und Streamer da sind, mit denen ich mich gerne getroffen hätte. Kasper ist da. Äh... Vom KSP-Team. Und das wäre halt mal eine Gelegenheit gewesen. Aber dieses Jahr bin ich nicht gebucht worden. Beziehungsweise habe ich eine andere Buchung hier in meiner schönen Heimatstadt, die da Vorrang hat. Jemand anders ist sozusagen für mich mit da. Und muss die Grüße dann sozusagen ausrüsten. Also der... Ein... Fahre ich es um? Fahre ich es um? Es gibt sicher Essen. Nein. Wir fahren das nicht um. Und Bauernzwiebelzwiebelz... äh... Also, am Morgen ist ein Elch im Camp, sieht verletzt aus und schaut die Gruppe an. Selbst verletzt ist das eine sehr kraftige Kreatur und jetzt besser nichts damit zu tun. Ich bin dafür, wir verarzen das Ding. Und das interessiert das Feech nicht, wenigstens bringt es mich nicht um. Ja, Eisraum ist viel zu voll, es ist eine Todesfalle. Ja, zu viel los. So, jetzt sind wir wieder bei diesem Gräber, das hatten wir schon. Ich bin der Ansicht, Leute ausbuddeln von Gräbern ist Unsinn. Fahren wir einfach weiter. Bauerzwiebel und ich, wir reißen das. Trader Camp brauche ich nicht, ich habe zu wenig Food zum Handeln. War auch nie da, aber irgendwann möchte ich sie mal sehen. Ja, dann solltest du wirklich ein bestimmtes Spiel sehen wollen, denke ich. Das hilft und es sollte, oh sorry, es sollte eins sein. Ati ist wieder mit dabei. Ati, komm, Ati kommt dazu. Rauf nach Kanada. Man sollte, glaube ich, etwas sehen wollen. Es müsste etwas sein, was nicht lange Schlangen hat. So, die Stadt ist überrannt mit Horden von Untoten und Wracks und Feuer. Und, oh, die Gruppe wird umzingelt. Und wir müssen durch Sprinten. Durch die Kanäle. Ich meine, es ist zwar cool, an jeder Ecke einfach nur Gamer zu sehen, aber am besten am Donnerstag oder wenn die das wieder machen am Pressetag. Wenn du sagst KSP-Spieler, dann gibt es da mehr als Mainstream-Spiele? Nein, in der Regel, jein, ja, natürlich gibt es immer mehr als Mainstream-Spiele, aber tatsächlich, oh, oh, äh, nein. Also ich weiß, dass Million Lights zum Beispiel da ist. Ich weiß, dass Kasper da ist, aber nicht im Sinne von großer Bühne oder irgendwas, sondern die laufen rund, um sich das selber anzuschauen. Squad zum Beispiel selber hat keinen Stand gemacht. Das ist in der Regel für unveröffentlichte oder gerade erst veröffentlichte Spiele. Und die großen Firmen sind eigentlich diejenigen, die da ihre Titel zeigen. Ich wollte gerade mal gucken. Nee, das war ein Zombie. Gut. Oh, oh, oh. Das ist ja cool. So viel Zeug. Wo ist die Gamescom eigentlich? Die ist in Köln, die gute alte Gamescom. Die Games Convention, die Veranstaltung vor der Games, also die, die es gab, bevor es die Gamescom gab. Interessante Geschichte übrigens. Aber ich glaube, wir sind hier ziemlich eingekesselt. Wir müssen uns mal eine, wir müssen uns mal einen Fluchtweg bannen. Die Games Convention, die gab es früher in Köln, äh, in Leipzig. Im Tatsich, wunderschön Leipzig. Und Leipzig, die Leipziger Games Convention, war immer, äh, war an sich eine tolle Messe. Ich war auf jeder Games Convention und leider nicht, oder zum Glück nicht auf jeder Gamescom. Die Games Convention, Leipzig hat das richtig mitgemacht. Da hat die ganze Stadt die Messe gelebt. Und in Köln ist man halt auch nur eine Messe unter vielen. Das hat nicht ansatzweise den gleichen Charme dort auszustellen. Also, die Games Convention fand ich persönlich immer besser. Oh, da ist unser Ausgang. Gucken wir mal schnell, ob es noch was gibt. Nein. So, weiter, weiter geht's. Äh, da, da, da. Nein, das wechselt nicht, das ist immer dort. Äh, und die Termine sind jetzt auch mehr oder weniger fix. Ab nächstem Jahr immer in der letzten Augustwoche von Dienstag bis Donnerstag. Oder Dienstag bis Freitag? Hm. Oder Dienstag bis Samstag? Habe ich vergessen. So, die Gruppe fühlt sich inspiriert. Wir sagen, wieder Moral und eine beliebige, äh, Fähigkeit sollen gesteigert, werden. Mechanik offensichtlich. Schauen wir mal. Wir haben nicht von allem genug, außer von Medizin. Eee, ein Camp. Und da sind essbare Beeren. Ähm. Die Beeren würden keine große Menge Essen für die Arbeit und die schlauerte Nacht, aber jeder Beeren könnte helfen. Hm. Machen wir mal. Äh, Squad? Ähm. Squad ist aus Mexiko. Es gibt keinen deutschen Kontakt, aber der Community, äh, Community und PR-Chef sozusagen, der ist, soweit ich weiß, Hollander. Das ist der Casper. Den er in den KSP-Foren sicherlich schon mal gesehen hat. Es gibt auch einen deutschen Entwickler im Team, ab dem, äh, das müsste Nathan Carroll sein, der, glaub ich, in dem KSP-DE unterwegs ist, auch gelegentlich. Rain starts pouring down, it's hard to see. Regen, regen, regen. Zombies im Regen. Hm. The group isn't sure what would be worse. Continuing the stopping here. Seek shelter in house. Ja, komm. Schönes Haus. Siege alert. There is no escape. Very large nightfall. Na, herrlich. Ja, mit K heißt der, der Casper. Casper VLD. Casper VLID. Wie auch immer. Siege. Shit. Dann wollen wir uns mal hier durchhauen. Nach hinten raus die Kiste leermachen. So. Hopp. Das ist ne Falle. Äh. Gucken, ob wir hier rumkommen. Das ist Medizin. Ich finde, wir sollten uns mal... Ohp. Wieder zurückziehen. A.T. Siege is over. Dann hauen wir uns durch. Kommt, kommt, kommt. Nein. Schnell. Kommt. Knappe Geschichte. Ich werde dieses... Andi sagt, ich werde dieses Jahr in Basel auf der Fantasy Basel. Das ist auch so super. Die ganze Stadt laufen Leute mit Cosplays rum. Ja. Äh, okay. Infested Stronghold oder Convenience Mart. Wo steigen wir unter? Ich würde sagen Convenience Mart. Infested Stronghold klang mir jetzt einfach einen Tick zu heftig. Und irgendwie kommen wir immer in der Nacht jetzt an oder am Abend. Ist etwas anstrengend. Komm. Komm. Gucken wir mal. Bisschen Munition. Wir können ja im nächsten Jahr alle auf die Gamescom fahren und es da treffen. Könnte ich mir mal vornehmen. Und wenn dann kein Projekt dazwischen kommt. So wie diesmal. Dann könnte man das machen. Jetzt haben wir noch einige... Guck mal. Der Führer. Gleich tot machen. War ja klar, dass der da auch auftaucht. Oh. Da drüben ist noch eine Tür, die wir nicht geöffnet haben. Ah. Nur Bernie Sanders. Na. Schauen wo ist Bower Zwiebel. Da ist Bower Zwiebel. Gut. Da ist nichts mehr. Vielleicht unten. Nope. Gehen das. Komm mal mit. Vielleicht hier. Nein. Offensichtlich. Äh. Müssen wir uns hier nochmal durchboxen. Bower Zwiebel. Bower Zwiebel. Nein. Nein. Bower Zwiebel ist tot. Wieso? Nein. Ach. Wieso? Er hat doch noch gelebt eben. Diese Zombies. Das ist für Bower Zwiebel. Und das auch. Da ist der Bower Zwiebel weggestorben. Komm. Da. Vom Zombies vernascht. Das klingt auch wie so Fanfiction. Schönes Slash Fiction. Mit Bower Zwiebel. Er war so jung. Hopp. Hopp. Er war so jung. Er hatte noch so viel vor im Leben. Und dann kam die Zombie-Achokalypse. Und das war noch nicht mal für einen guten Zweck. Ich glaube wir müssen zu unserem Auto zurück. Das wird mir hier langsam zu folgen. Ati. Mach hier keinen Quatsch. Komm. Komm. Ati. Ati. Waren wir hier richtig? Ach. Da ist der Shop. Um den es eigentlich ursprünglich mal ging. Okay. Dann räumen wir den wenigstens noch aus. Medizin. Oh. Da ist. Noch so einer. Inklusive. Oh. Medizin. In der Toilette. Das hatten wir schon. Und Ati räumt erstmal auf. Komm. 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 Einen Broom. So. Haben wir schon? Nein. Haben wir noch nicht. Essen und den Spatel. Oh. Nein. Dafür lege ich das nicht weg. Wir halten fest. Bisher war eine Flucht mit George nicht die beste Wahl in der Zombie-Amerkalypse. Naja gut. Die Frage ist. Mit wem ist es eine gute Wahl? Weiß man nicht. Vielleicht gibt es ja auch keine Flucht. Vielleicht gibt es auch keine Möglichkeit. Vielleicht kommt ja keiner nach Kanada. Vielleicht gibt es dieses Kanada gar nicht. Vielleicht ist Kanada ein quasi ein größeres Bielefeld. Ich dachte, jetzt lässt er mich auch schon hängen. So muss man das mal sehen. Leute, die sterben, die verlassen mich im Stich. Nicht andersrum. Ja. Ja. So. Wo ist denn unser Töv-Töv? Da. Komm schon. Komm schon. So. Hey. Moin, XD-Gamer. So. Wir haben ganz viel Zeug gesammelt. Das ist erstmal gut. Wir müssen auch ganz viel Zeug wieder aufwenden, um uns zu heilen. Aber immerhin ist die Moral gut. So. Klar. Was ist das? Wir müssen offensichtlich beim Grocery-Store nehmen. Ich finde, wir senden... Ich gehe da selber rein. Ich kläre das mit denen. Food. Sehr gut. So. Noch zu essen haben wir. Zu wenig Sprit. Zombies sind kein Problem. Vielleicht ein kleines Problem. Die Gruppe findet einen großen Y'all Mart. Mit vielen Zombies. It could be a great shopping experience. Swarm size, very thick, aber aggression calm. Current time near sunset. Shop in the Stampede. Das machen wir. Oh. Oh. Es gibt eine Schusswaffe. Ich finde, die nehmen wir ins Gepäck. Vielleicht ist Kanada ein Land, was Zombies... Es gibt... Es gab eine Knarre, habe ich nicht gesehen in der AT. Hm. So. Wir wollen mal gucken, ob wir nicht vielleicht... Hopp, 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 hopp. Ich vielleicht hier... Ein wenig... Hopp. Oh, wow, wow, wow. Komm mal mit hier. Hopp, hopp. Nein. 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 Was ist nur los? Alle sterben sind mir weg. Ich bin doch noch damit beschäftigt, mit der Steuerung zurechtzukommen. AT. Wieso? Wir wollten doch nur schnell was einkaufen gehen. Das war doch alles so gut durchdacht. Und... Klein... Klein... Kleinste Shopping... Anlage. So. Verdammt. Verdammt. Shopping, shopping, shopping. Und der nächste. Ja, 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 ich weiß, was er meint. Das war unruhigend. Oh, ist die Kugel eben von der Wand abgeprallt. Wow, das wird ja hier mal voller. Nein. Ah. Ha, ha, ha. Ach, unfassbar. Da wird er aufgenascht. Vom Regen in die Traufe. Ja. Das ging mal ein schneller Run. Das sagt uns eigentlich auch alles, was wir darüber wissen müssen. Nämlich, dass ich langsam müde werde. Ja, so ist das. Das ist Death Road to Canada. Ich finde es sehr lustig. Ich finde, es macht Spaß. Kakao... Ja. Das war's. Aufgefuttert von den Zombies. In Death Road to Canada. Jetzt erhältlich auf Steam und allen anderen sinnvollen Plattformen. Und, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auf Steam. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Ich hab noch ein paar Neuigkeiten. Die Neuigkeiten sind... Ich habe einen Termin... ...für die erste Folge von der neuen KSP-Serie. Ich werde... Ich hab angefangen... Also die Motze sind jetzt fertig zusammengestellt. Und ich fange jetzt an, Folgen aufzunehmen. Und... Der erste Termin ist... ...Samstag... ...der... ...3. September. Das ist also noch zwei Wochen hin. Aber ich werde genügend... ...Folgen vorproduzieren. Damit wir... Falls... ...ja... ...falls es dann doch wieder mehr Arbeit wird... ...bei mir... ...so wie es... ...wie es immer passieren kann. Jetzt hab ich grad mal so ein bisschen... ...bisschen Luft, um mich ein bisschen zu erholen. Äh... ...dass ich dann genügend Folgen in Reserve hab, damit wir nicht leer laufen. So, das ist der Plan. Also ab September geht es los. Und der erste Samstag im September ist... ...der... ...ähm... ...ist der Startpunkt für die neue Serie. Name und so weiter wird noch nicht verraten. Da gibt's demnächst ein kleines Trailerchen vielleicht. Und oder... Äh... Ja. Kann man das Game eigentlich auch durchspielen und in Kanada ankommen? Äh... ...hab ich selber nicht geschafft. Hab ja heute erstmal das erste Mal gespielt. Aber... ...das glaub ich schon. Die Frage ist, was ist dann in Kanada? Oder ich vermute, es gibt da einen großen Maple-Sirup-Zombie. Hm... ...weiß man nicht. Ja, soweit von hier. Wie man so schön sagt. Ich möchte euch allen noch eine gute Nacht wünschen. Dem guten alten Cobra-Hand natürlich, der die Mod-Duties hier mitverarbeitet hat. Andi8P, AT82, gute Nacht, Bauherzwiebel. Gute Nacht, Flottenadmiral. Gute Nacht, Holzkopf. Gute Nacht, Juju-Zwiebelchen. Gute Nacht, Esrom. Und Gute Nacht, Gutan 85. Ja, so sieht es aus. Schlaft gut, haltet euch wacker und demnächst geht es munter weiter. Mit KSP und Dingen. Hm. Nacht. Und dann geht es mit KSP. Und dann geht es mit KSP. Vielen Dank.